Die Paypal Aktie ist in den letzten drei Tagen um rund 14% abverkauft. Könnte das bedeuten, dass wir jetzt jedoch keine massiven Anstiege bei Paypal sehen, wie es viele Analysten wie Hopf, aber auch Maxim Röder erklärt haben, sondern jetzt doch einen massiven Abverkauf und neue Allzeit-Tiefstände sehen werden. Darüber reden wir heute. Los geht's! Was ist die Paypal Aktie? Wir springen direkt rein in unseren ersten Chart und erklären, wo wir trotzdem denken, wo es hingehen wird. Wir können erkennen, in unserem 3-Stunden-Chart haben wir hier eine aktuelle Annahme, dass wir hier eine Welle 2 gesehen haben und diese Welle 2 korrigierte perfekt in unsere Zielbox, in der wir da noch eingestiegen sind zwischen dem 50er und dem 78,6er Niveau. Das heißt, wir haben hier perfekt diese Welle 2 beendet in einer dreiteiligen Bewegung und jetzt hatten wir hier eine impulsivartige Bewegung nach oben und dann eine zweite Korrekturbewegung nach unten. Und jetzt sehen wir ja schon, diese Korrekturbewegung ist sehr, sehr scharf abgelaufen, sehr, sehr schnell und steil abgelaufen und lief hier auch massivst tief, zumindest für eine normale Korrektur. Auf das 78,6er sind wir hier gestoßen und das bedeutet nichts anderes, als dass wir jetzt hier vermutlich eine Korrektur gerade zu Ende gehen sehen und weiterhin nach oben ansteigen können hier in dieser dritten Bewegung und dort antizipieren wir hier das 1,618er Niveau bei 79 US-Dollar. Es könnte natürlich darüber hinaus auch noch bis zu 87 Dollar laufen, aber realistisch ist erstmal das 79 Dollar Niveau. Das sollte auf jeden Fall hier getroffen werden. Das Ganze würde wie folgt ablaufen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt weiter nach oben steigen. Ganz einfach, dass wir hier nochmal heraus hochstoßen in Richtung dieser Zielbox, dann nochmal eine Korrektur bekommen und dann vermutlich hier dieses Niveau treffen werden. Mit anderen Worten, wenn man sich das Ganze jetzt mal verbildlichen möchte, haben wir dann hier fünf Bewegungen, die ablaufen werden. Das wäre die erste, die zweite, die dritte und die vierte und dann die fünfte. Je nachdem, wie schnell der Chart sich hier bewegen wird. Wenn man sich das Ganze nun etwas näher anschaut, dann haben wir gesehen, dass wir hier eine impulsivartige Bewegung nach oben hatten. Das hatte ich gerade eingehendst auch gesagt. Und dann hier heruntergebrochen sind in einer ABC-Manier. Und das ist auch nochmal alles normal. Wir hätten jetzt hier einfach eine Welle 2 gehabt. Nur, was wir jetzt hier gesehen haben, dass diese Bewegung so steil abgelaufen ist, liegt ganz einfach daran, dass das hier eine Welle 3 war. Und die sind natürlich impulsivartig. Aktuell in den letzten paar Stunden, beziehungsweise auch am letzten Handelstag noch, haben wir dann hier diesen Ausbau dieser Seitwärtsbewegung gesehen. Und diese Seitwärtsbewegung, die wir hier gerade beobachten können, ist vermutlich diese Welle 4. Wir haben das sehr oft, dass Welle 4 hier seitwärts verläuft, beziehungsweise nicht sehr impulsivartig nach oben oder nach unten ausbricht. Wir haben natürlich hier erstmal eine starke Gegenkorrektur bekommen, aber danach ist auch nicht mehr wirklich viel passiert. Das heißt, möglicherweise bewegen wir uns jetzt hier in dieser 4. Und danach kommt noch eine 5 und würde dann hier diese C beenden. Warum denken wir also, dass Paypal möglicherweise jetzt so stark ansteigen kann 2024, wenn es doch hier gerade nicht so gut läuft? Wir müssen uns natürlich den Galsamten-Chart anschauen. Und dort können wir erkennen, dass wir seit November keine Tiefstände mehr gesehen haben, die dieses Niveau von 50,25 Dollar unterboten haben. Und dass bis zum Hoch hier sogar schon 35% Anstiege vonstatten gegangen sind. Und wir sehen gerade, es ist eine impulsivartige Struktur nach oben, die sich jetzt hier weiterentwickeln wird. Und wir sehen, die Volatilität hat ab diesem Zeitpunkt hier massivst zugenommen. Wir können hier auf jeden Fall einen klaren Unterschied sehen, dass wir hier einen massiven Zuwachs an Volatilität gesehen haben. Und das ist ganz einfach, weil wir laut der Elliott-Wellen-Methodik 5 Wellenstrukturen haben. Und die dritte Welle davon die stärkste und die impulsivste ist. Und laut unserer Prognose sind wir eben in dieser dritten Welle angekommen. Deshalb haben wir hier diese starke Volatilität und diese starken Marktbewegungen erkennen können. Und das ist nicht unnormal, dass wir hier auch so stark runter korrigieren. Denn die Bewegungen nach oben werden ebenfalls zu stark ablaufen. Das heißt, wir antizipieren hier, dass Paypal weiterhin steigen wird. Und wir sind auch weiterhin investiert und haben sogar nachgekauft. Wir haben uns nicht aus dem Markt verdrängen lassen, haben uns nicht von der Angst leiten lassen. Und sind hier nochmals eingestiegen, fast schon an diesem Tiefpunkt. Haben die Chance nochmal genutzt, unsere Position nochmals zu erweitern zu guten Kursen. Das heißt, wir sind weiterhin sehr bullish bei Paypal. Aber wo wird Paypal überhaupt in den nächsten ein bis zwei Jahren hinsteigen? Denn das ist nämlich das Interessantere für langfristige Investoren. Wir antizipieren, dass die Paypal-Aktie in den nächsten Jahren hier mal mindestens 485 US-Dollar treffen wird. Beziehungsweise maximal 656 US-Dollar. Und wenn man sich das aus aktueller Lage anschaut, dann hört sich das Ganze schon fast verrückt an, dass wir hier 700% oder maximal sogar rund 1000% ansteigen werden. Aber das ist nichts Unnormales. Und das ist auch ein realistisches Niveau, was wir hier vermutlich erreichen werden. Es hört sich verrückt an. Aber wir gehen fest davon aus, dass die Paypal-Aktie dieses Potenzial hat. Und man sollte sich jetzt hier nicht von negativen Ereignissen oder sogar von einem angeblichen Crash abschrecken lassen. Denn diejenigen, die sich hier von Panik leiten lassen, werden genau diejenigen sein, die in ein bis zwei Jahren bereuen, hier nicht in Paypal drin geblieben zu sein, weil sie sich haben verschrecken lassen von unwichtigen Nachrichten, die eigentlich nur nebensächlich sind. Wir haben es gesehen, zum Beispiel die Nachricht, dass der Paypal-CEO angekündigt hat, dass Paypal die Welt schockieren wird und wirklich eine starke Zukunft hat. Und dann werden neue Funktionen von Paypal vorgestellt, die die Welt nicht so stark schockiert haben, positiv. Und deshalb crasht es jetzt hier ganz einfach, weil wir hier negative Nachrichten und eine negative Stimmung reinbekommen. Aber diese Stimmung und diese Nachrichten sollten niemals die Entscheidung sein, hier reinzugehen oder hier diese Aktie nicht zu nutzen, um Geld zu verdienen. Denn wir sollten uns rein auf die Chart-Technik fokussieren, denn wir können keine positiven und keine negativen Nachrichten vorhersagen. Aber was wir tun können, ist einen Chart analysieren und diesen zu prognostizieren und damit dann unser Geld zu verdienen beziehungsweise unsere Gewinne zu maximieren. Und wir sollten uns hier darauf fokussieren, nicht in Panik zu verfallen. Wie Baron Rothschild, aber auch Kostolani schon damals gesagt haben, es ist dann an der Zeit, Geld zu verdienen, wenn Blut in den Straßen kriegst. Und im Fall der Börse, des Aktienmarktes, ist es der Zeitpunkt, Geld zu verdienen, wenn rote Kurse geschrieben werden, wenn wir fast am Tiefstand sind und noch keine neuen Höchststände ausgebaut haben. Denn dann liegen noch die meisten Anstiege vor uns und wir können noch die meisten Anstiege mitnehmen und hier unsere Chance nutzen und in diesem Fall die Paypal-Aktie maximal zu kapitalisieren. Wenn du auch interessiert bist an solchen Zielzonen, wie wir sie hier errechnet haben, dann schau doch mal gerne mit dem ersten Link in der Videobeschreibung auf unserem Patreon vorbei. Dort kannst du deine gewünschten Werte an uns senden und dann erhältst du auch unsere Analyseideen und Zielzonen zu den gewünschten Werten. Wie realistisch ist es nun, dass die Paypal-Aktie kurzfristig noch weiter abfällt? Wir denken, dass die Paypal-Aktie vermutlich noch etwas tiefer gehen wird im Verlauf des heutigen Tages und dann einen finalen Wendepunkt nach oben hin bringen wird und dieser finale Wendepunkt wird natürlich unsere Position weiter ins Plus schießen lassen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und würde nochmal hinweisen auf unsere E-Mail-Adresse bullishimpulsmanagement at gmail.com Wenn ihr Kooperationsanfragen habt, dann könnt ihr diese dort gerne hinsenden. Vielen Dank! 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 Vielen Dank!